Das Hotel Granto Enes liegt in Istanbul. In Istanbul, die meisten Gäste des Hotel Granto Enes würden das Hotel weiterempfehlen. Die weitere Empfehlungsrate liegt bei 68%. Insgesamt haben 38 Gästen das Hotel bewertet und vergeben insgesamt 3,6 von 6 Sonnen, welches eine mittelmäßige Zufriedenheit widerspiegelt. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Die Gäste sind mit der guten Lage sehr zufrieden und vergeben 4,8 von 6 Sonnen. Hotel Allgemein In der Kategorie Hotel Allgemein bekommt das Hotel eine mittelmäßige Bewertung. Einige Gäste haben keine Probleme mit dem Zustand und der Sauberkeit des Hotels. Es erhält 3,6 von 6 Sonnen. Zimmer Akzeptable 3,5 von 6 Sonnen wurden für den Zustand der Zimmer vergeben. Service Die Gäste halten den Service des Hotels für akzeptabel und vergeben 3,4 von 6 Sonnen. Gastronomie Die meisten Gäste sind zufrieden mit der Küche des Hauses, wünschen sich aber an einigen Stellenverbesserungen. Die Wertung für die Gastronomie lautet 3,4 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme Bei dem Unterhaltungs- und Sportprogramm konnte das Hotel die Gäste nicht überzeugen. Es erhält nur 2,6 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. snow Untertitelung des ZDF, 2020